Die Geschichte von der Architektur Ich bin hier von Miguel Antonio Santos Gutiérrez. Ich bin hier von San Martín del Progreso in Puebla. Ich bin hier von Ingeniería Civil, weil ich hier von Ingeniería bin, und ich bin hier von Ingeniería gekommen. Ich habe hier von der Arbeit und ich habe hier von der Bühne gemacht. Ich bin hier von der Bühne gemacht. Ich bin hier von der Bühne gemacht. Vielen Dank.